Eine 17. Chat, wenn ihr das auch für eine gute Idee haltet. Da kann ich auch wirklich endlich am Montag nächste Woche zum Lamborghini-Händler rein spazieren, Digga, und sagen, hier, Patsch, ich klatsche den Bündel ins Gesicht, das ist die Nase, Bericht, Digga, gib mir jetzt hier ein Lamborghini. Gut, oder?